Guten Tag, guten Tag, hallo, hallo. Ich wollte nicht 2, 3 oder 4 oder 5 oder 5 oder 3. Ich wollte nicht hier bestrücken und nehmen mit der Post, wenn ich ab davon dachte das. Aber dann haben wir von der Woche etwas merken, dass ich einmal eher gemerkt habe, aber von der Woche wird ja was die Namen Garnik und Chili Colorado merken. Von der Woche dann klippet ohne Schmerz, dass ich wenigstens. Aber ich lerne was ich nicht machen. Ich weiß nicht wie es wurde zu broken und weifelt. Dankeschön. Hier haben wir das Schweinfleisch, das nennt sich Pork Tenderloin. Das ist so ein wehget Fleisch von einem Lomo. Lomo des Erdo. Das sei wehget Schweinfleisch. Sie können auch Schweinfleisch brücken, aber ich kann hier vornen, was es nennt Pork Tenderloin. Das ist so ein stremels Fleisch, das ist ein wehget. So, wir haben uns einfach gedacht. Viel lebt jetzt. Dann dauern wir ein bisschen Schwinschmalken an und dann wird das Fleisch echt das beste Brühnbrot. Dann hat das ein bisschen mehr Geschmack, ein bisschen mehr Flavor. Mas Savor. Silo doramos poquito. Dann dauern wir die beste Brühnbrot hier am Schwinschmalken. Dann dauern wir die beste Brühnbrot. So viel ist es hier. Dann gehen wir die Böse an. Ja, ist das schmack oder ist das schmack? Checkt es mal hier. Da war wir sehr, sehr, sehr fennig. Checkt es mal. Sehr, sehr fennig. Und jetzt war wir das nächste hin. Hier ist das. Das war ein sehr, sehr fennig. Oh, das war ein sehr, sehr fennig. Okay, one more time, look at that. Look at that. Checkt es mal, das. Ein bisschen fennig. Ja, sehr fennig. Okay, nun haben wir das gleich olle Brüngebrot. Das ist das hier, das schmeckt Brüngebrot. Dann nehmen wir noch eine narte Zeppel. Dann werden wir dann noch ein bisschen Brünbrot. Und da haben wir das eh war hier. So, ja. So, ja. So, ja, fennig. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja, jetzt haben wir die Zeppeln hier Brüngebrot. Aber das immer hier bleib so schmalt, wo wir die Brocken von Fleischbroten, Brünbroten. So, ja. So, ja. So, ja, jetzt geht es mal hier. So, ja, checkt es mal. Dann haben wir das Fleisch in den Nehmen. Und da war dort, äh, ein kleine Feierkontje bitte geschnitten. So ist das. Oh, da war da direkt Nudeln so fein. Du, ach, kiek mal, das. Ich schläge hier mal, äh, halber Saal, oder dreiviertel Saal hinein. Oh, das war so fein weg. Kiek mal, das sind kleine Feierkontje bitte geschnitten. Dann haben wir das alles geschnitten. Du, ach, kiek mal, was das ist. Das war so schmack Brüngebrot. Nu haben wir das alles klack so fein geschnitten. Das sind kleine bitte geschnitten. Und da waren wir das nächste. Du, ach, kiek mal, hier haben wir 2 Lepel, 8 Lepel, so ein Pulverstet, so ein Beefbouillon, oder Heinerpulver, du magst. Von der Rind, äh, von der Rind, äh, Geschmack. Und dann, wo auch du auch für neue Einkaufel voll magst. Und dann, wenn du auch wieder. Okay, das ist geschehen, kann die Zippel sind feinbrün. Fleischhabe, schmack abgeschneet, das ist geschehen. Und wir haben hier das nicht nähern. Und da, da wir hier noch eine Eatschap machen. Eine Nahte Eatschap, eigentlich dann die Eatschap machen, als wir dann nicht rechnen. Eine Nahte Eatschap, das, für mich, hat immer einen Wetter geschmack. Und dann, hier, die 6i, hier haben wir, äh, zwei Köffel, äh, Wutter, mit, äh, zwei Lepel, so ein Heinerpulver, so ein, äh, Rindspulver, wo wir hier einen Köffel voll, von ihm angstreichen. Und dann, wo wir ein bisschen Dach brühen. Und dann, von der wieder. Und dann, und dann, was wir noch, dann machen wir einen Kleebäste, mit dem, Schmack, und dann, hier, noch ein bisschen, äh, Schmackpulver, hier ist der Kleebäste, gleich zu starten. Oh, da war hier, die andere Köffel, die wir hier haben, zwei Köffel, für neugoten. Nun war es hier für ein Stück kraft hier in 20 Minuten kärten looten. Der hat der Echern los mit so einem Meier mehr Skoas an und da war er der Oda Chile-Colorado Salsa Dermontgeiten. Nun war er es looten ein bisschen nachstatt die Dörl-kärten. Das war es. Da war es nun ein bisschen Taudagen. Die haben hier nicht in der Axel. Da war es mit dem Blanke Papier Slitdown. Und da war es hier für ein Stück kraft hier in 20 Minuten kärten looten. Und da war er der Oda Chile-Colorado Salsa Dermontgeiten. Dankeschön. Ok, das habe ich nun von euch für 25 Minuten gekärbt. Und da lasse ich nun meine Meierstriche gekärbt. Und dann, was wir dann daunen, ist da nehmen wir das Salsa hier. Da kann ich in der Video nochmal saßen, fertig wo ich so entwiesen, da wir so ein Chile-Colorado-Sauce merken daun. Ich kann immer so ein Tüschreitstuhn. Nu war wir hier so ein Stück mal gehalten. Ich kiekt da mal das. Von ungefähr 3-4 Liter, oder am meisten Liter. Und da wir aber das durchrühren. Und da war auch das hier, war es für eine halbe Stunde durch. Und da war es auch mal schmacken. Guck dir mal das. Und da war es auch mal schmacken. Guck dir mal das. Guck. Und da war es auch mal schmacken. Guck. Bei den Dachschen haben wir ihn mit den Dachschen. Aber wir haben ihn mit den Dachschen. Da war es auch so. Und da war es auch so. Und da war es auch so. Na, wir haben das hier mal eine halbe Stunde, weil wir da ein bisschen nur sein. Sagen sein. Guck dir mal. Und da war es auch so. Ich hab's dann einmal eine halbe Stunde hier geprisselt. Oh, ich kiekt. Wo schmackt das jetzt? Wir haben uns eine Tartiersabwurm. Und da werden wir mal eten und schmacken. Seierschein. Dankeschön. Du, wir haben uns hier im Bett was reingemärkt. Und wir werden uns eten. Okay, da werden wir mal schmacken. Wow. Das ist immer so. Wir werden dankbar sein. Da wird Gott uns sehr enthaft. Und nun werden wir schmacken. Wir haben ein bisschen selbstgemerkte Korn. Wir haben ein bisschen Korn-Tartiers. Hier haben wir Chilicolorado. Und hier haben wir einen feinen Coca-Cola. Und das ist nicht Mexikanisch. So war es. Dann werden wir ihn schön schmacken. Okay. Nun werden wir mal sein. Oh, wir trinken wir mal. Hau mir vor's. Nochmal. Das geht rein. Ich beholl nicht sein. Und jetzt würde ich an zu Frühstück. Die Meere. Und die Tunker sein. so eine reiche Tartier ist und ich kann noch Burritos merken. Ich glaube, das ist auch noch mit Schaden, der ich in Ordnung habe. Und dann Burritos merken. Ich meine, das ist wahrscheinlich so gut. Es ist mit Besinn, mit gebrühtem Eier. Wow! Mhm! Das war ein Ende, sah ich. Merkt ihr das? Du verstehst du das? Und dann, wir kommen weg und dann, wir kommen nachher. Wow! Untertitelung des ZDF für funk, 2017